Folgende Aufstellung, trainiert von Sven Lewandowski, Spiele mit der 1, Nils Berling, mit der 22, 2. Torwart Niklas Erdhüter. Die Nummer 2 ist Christ. Und Christ Abstin, die 3, Nr. Kürbüter, die 4, Lasse Saarbeck, die 5, Nils Berlings, die 6, Martin Rose Schaber, die 7, Jan Hoffmann, mit der 8, Tristan Zellner, die 9, Marius Schaber. Und die 11, Thomas Broker, sowie mit der 13, Dirk Janssing, der ESV Münster. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jan Hofmann Es gibt zu gewinnen insgesamt drei Fernseher, zur Verfügung gestellt von Bund Immobilien, von Markkauf und von BTS ein Fahrrad, zur Verfügung gestellt von Rillot. Dann von Unity E-Reis, der hat gegeben, muss ich ihn gucken, eine Stereo-Anlage. Weiter gibt es Gutscheine vom Bankhof, Friseurgutscheine, all das hier los für heute. Hauptpreise sind die gewonnen 1 bis 50, dann gibt es die großen Preise, wenn man sie überhaupt so trennen darf, die gibt es hier ausfällig. Letzte Spielminute. Kosträt, der Schiedsichter zeigt zur Mitte, 1 zu 1, Ausgleichung, letzte Sekunde für Eintracht Münster. Torschützer hat der Spieler mit der 10, Lars Zünder. Nachdem hat Frau Mecklenbeck, Leiter der Partie, Patrick Holz. Ausgangslage dieser Gruppe C ist relativ einfach, beide ersten Spiele endeten unentschieden. Die Hildgruppe 2-2 gegen Mauritz, Baka 1-1 gegen Eintracht. Dann wird die Vorbereitung, DÖK, SV Mauritz und Eintracht Münster. Die Hildgruppe 3-2 gegen Eintracht Münster. Kosträt, der 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 Kosträt, Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ehrlich ist es so möglicherweise auch ein wichtiges Tor, die Nielke Wacker-Mecklenbeck mit 1 zur Kronenführung betroffen hat der Spieler mit der Nummer 5, Nils Möllers. Auf geht's! Der hat den Ruppe schon auf der Ruppe schon reichen. Der hat den Ruppe schon reichen. Der Ruppe schon auf grün, weiß, gelber. Der hat den Ruppe schon reichen. Es beginnt die letzte Spielminute. Es beginnt die letzte Spielminute. Nochmal der Hinweis, sollte es unentschieden rausgehen. Ja, das ist ein Ruppe. Ja, das ist ein Ruppe. Ja, das ist ein Ruppe. 32 Sekunden vor dem Ränge. Führung für den Packer Ränge, denn der Vollzeit war der Spieler mit der Nummer 2. Heille! Gott kannst, das geht! Halt! 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 Ja! Halt! 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 Ja! Applaus Endstart gegen Spiele. DMK SV Bauritz, Wacker-Wecklenbeck, 0 zu 1. Wacker-Wecklenbeck können wir zum Einzug in die Zwischenrunde gratulieren. Verabschieden müssen wir uns leider von DMK SV Bauritz nach spannenden Spielverlauf aus dem Köln ausgeschickt. Es gibt den Applaus der Zuschauer, um 50 Euro der Sparkasse Münster Land Ost. Zwei Spiele haben wir noch und die können beide entsprechend spannend werden. Zunächst steht auch den Punkt...